achtung das war die letzte mumie hier draußen zu dem stein ich zu den affen ja alles kein problem für dich haben wir nicht gibt es nichts besseres als den stab eigentlich ja der bogen ist auch gut für dich und ja ich schmeiße jetzt einfach das ganze zeug was wir so jetzt noch eingesammelt haben im knochendempel einfach weg weil meine jungen meine soldaten hier sind ausgerüstet jeder trägt ein set übrigens bis zum nächsten Mal Ja, da ist das Set besser. Magier tragen, Magiersets. Kriegersets, alles. Gut. Bevor ich mit den Affen rede, nochmal die Insel aufdecken. Hier. Und dann vielleicht mal speichern, wäre auch keine schlechte Idee. So. Ich bringe Hilfe, du mir zuhören. Ein sprechender Affe. Alter Mann hat gelehrt, Menschenrufe. Du zuhören. Du nicht kommst in Tempel. Mauern zu. Tore zu. Kannst du mir helfen? Ja, ja, ich kenne Weg in Tempel, Weg in Knochenhaus. Aber geheimer Weg, schwerer Weg, Weg nur Affenjunge kann gehen. Ich klettern hinein und öffne ein Tor und du machen dann Maskenmann kaputt. Machen fort alle Knochenmänner, fort alle Eisenmänner. Deshalb bin ich hier, kleiner Freund. Öffne das Tor für mich. Gut. Ja, es ist schön zu sehen. Wenn sie die Türme haben, ignorieren ihn einfach. Ja, es ist schön zu sehen. Ja, da kommen jetzt... Verdammt viele Eis, so, ne? Ja, so tut mir Faitarius. Die meines Ernst! Vorwärts, Krieger! Ja, Dreck sind und Tod mit dem Korpus. Oh, sie sind durchgekommen. Oh, sie sind durchgekommen. Oh, sie sind durchgekommen. Ach, hier gibt's ja auch immer noch... Eure Gegendwehr ist vergebens! Für den Knochen! Vorwärts, vorwärts! Ich rieche Blut! Eure Gegendwehr ist vergebens! Für die Ehre! Lassen wir sie nicht warten! Da sind unsere Nekomanden wieder auferstanden. Was tue, wie befohlen? Wo sind die Gegner? Oh je. Tue, wie befohlen! Da kommt schon die nächste Welle an Eisonnen. Bin schon auf halbem Weg! Jawohl! Warten wir mal, bis die vorbei sind. Ich seh zum Glück keine Machtmacht dieses Mal. Gebt euren Befehl! Für die Ehre! Lassen wir sie nicht warten! Lassen wir sie nicht warten! Und los! Für die Rune! Nicht, dass die Schnechter nicht schon... Wobei, die Schnechter steigt doch nicht stark, wenn man es so sieht. Bereit! Und los! Und los! Mir nach! Folgt mir! Bereit! Ihr werdet alle sterben! Auf mein Kommando! Wir sind der Tod! Silbern glitzert der Tod! Tod und Verzweiflung treiben euch! Sagen wir mal so, die Getreuen sind eigentlich das Schrägste. Oh, da oben ist ein eiserner Turm. Ja! Ein ehrloser Hinterhalt! Sofort! Für die Rune! Die Schlacht ist nahe! Silbern glitzert der Tod! Oh, ich... Hach! Ihr werdet alle sterben! Wir kriegen immer mehr Kanken! Feuerblut in Attenbott! Tor und Reicht Mech Nicht besiegen! Feuerblut in Attenbott! Lor ist Mitte! Hier kann ich mich vorbei! Silbern glitzert der Tod! Vorwärts! Vorwärts! Hier kann ich mich besiegen! ein ehrloser hinterhalt lassen wir sie nicht ein ehrloser hinterhalt auf meinem befehl vorwärts lasst uns kämpfen silbern glitzert der tod vorwärts krieger gebt euren befehl vorwärts krieger zu den waffen so neue truppen nach hier dann hier sofort für die freiheit ihr werdet alle sterben ok da ist ne nexus da ist auch gott sei dank ne nexus auf meinem befehl immer mehr lasst uns kämpfen auf mein zeichen ist der von hier oben schon gestorben gut dann kann ich die kiste hier nicht zurück nicht zurück weichen ist auch ein wenig sonderlich tolles mehr drin ein ehrloser hinterhalt auf mein kommand nach folgt mir ist mit wir sind der tod ein ehrloser hinterhalt ein ehrloser hinterhalt nicht mal halb so schlimm wie die nachtware dort ist keiner davon auf meinem befehl folgt mir die linien dürfen nicht brechen sofort mir nach schlusser 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 tot und verbreit teurer versuche langweilig schlusser w problem schlusser bei 번ger schlusser 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 seien weil niemand braucht es und man kann es tragen sofort gibt eure glitzer der tod lassen wir sie nicht warten